Hot new Make-up. Ich habe wieder meine Standardkiste gesapft. Was ist da Bescheid? Es sind wieder ziemlich spannende Sachen, um ehrlich zu sein. Can't wait! Das ist wieder sehr viel. Fange ich an mit der Base. Da habe ich interessante Dinge. Und zwar einmal ein Toner. Und zwar der Glow Toner von Charlotte Tilbury. Und zwar ist es mit Niacinamid, Pore Tide, Peptide, Exfol... Reactive Wood. Also ein porenverfeinerndes Produkt. Acid-free. Und es soll halt super viel Glow geben. Durch dieses Niacinamid eben diesen verfeinernderen Effekt. Dann sind hier noch Peptide drin, die die Haut eben schön versorgen. Kann man morgens und abends tragen, sagt sie. Man muss auf jeden Fall ein bisschen rausschießen. Es ist so ein bisschen milchig, ein bisschen dicker, würde ich sagen. Und es ist parfümiert. Riecht ein bisschen nach Rosen. Fühlt sich auf der Haut fast wie so eine Lotion an, würde ich sagen. Also nicht so flüssig, flüssig wie ein Toner. Ein bisschen cremiger, aber jetzt auch nicht fest. Aber so im Gesicht ist es wie so eine sehr leichte Lotion. Ist wie gesagt parfümiert. Aber First Impression gefällt mir erst mal gut. Was soll ich sagen? Mal sehen! Next Step. Ich habe eine Foundation zugeschickt bekommen. Und zwar ist es von einer Marke. Da werde ich schon seit sehr, sehr langer Zeit gefragt. Netterweise sind die dann irgendwann auf mich zugekommen und meinten, hey, such dir mal was aus. Wir würden dir gerne was schicken. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich halt auch so oft danach gefragt wurde. Und zwar ist es Topology. Ton 1001 Serum Ton. Ja, Tinted Serum. Das ist jetzt in Fair. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, für Fair wirkt es recht dunkel. Konnte für mich noch passen. Aber ich finde, Fair müsste noch fairer sein. Kommt in einem Glasfläschchen. Hat klassische 30ml drin. Und hier mit so einer sehr langen Pipette. Ich mache mir mal hier eine Pipette drauf. Die Foundation ist auf jeden Fall flüssig. Fühlt sich hier recht dick erst mal an. Also so vom Feeling. Dann habe ich hier ein Kit von Real Techniques. The Perfect Finish Kit for Foundation, Bronzer and Shadow. Why not? Das ist der Foundation Brush aus diesem Kit. Sehr spannend. Es ist sehr, sehr schmal. Jetzt nicht mein usual Make-up Brush, würde ich sagen. Vielleicht eher so für Cream-Konto oder so. Aber ich bin gespannt. Der Pinsel macht auf jeden Fall lustige Geräusche. Loll. Die erste Schicht. Eine Pipette Foundation. Und das ist das, was die Foundation schafft. Also wir haben hier auf jeden Fall einen korrigierenden Effekt, was eine Foundation machen sollte. Aber ich würde sagen, das ist eine leichte Deckkraft. Es ist nicht die leichteste Deckkraft, die ich schon in manchen Complexion-Produkten hatte. Aber es ist jetzt auch nicht die deckendste. Also es ist eine schöne, leicht deckende Foundation, Serum, Tint, whatever. Wir haben hier auf jeden Fall eine Korrektur. Und wenn ich die Farbe ausblende, dann passt Fair tatsächlich zu meiner Haut. Sollte es Leute geben, die zuschauen, die heller sind als ich, wird dieses Fair leider zu dunkel sein. Ich habe hier dann noch den klassischen Schwamm von denen. Jetzt aber einen Pink. Ich möchte wissen, ob ich in meinem Wangenbereich vielleicht noch ein bisschen aufbauen kann. Ich nehme jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen. Ich habe den Schwamm angefeuchtet. Und gehe jetzt hier nochmal drüber. Ich muss das ja auch noch ein bisschen ausblenden. Wie es mit vielen Skin Tints ist, das ist ja so das neue Trendprodukt. An den Stellen, wo es gut sitzt, sitzt es gut. An den Stellen, wo es nicht so gut sitzt, ist es ein bisschen so trocken und flaky. Aber ich sehe das wirklich nur, weil ich den Vergrößerungsspiegel sehr, sehr nah habe. Also ich habe hier gerade so eine trockene Stelle. Auch so leichte Pickelchen. Da hat es sich ein bisschen reingelegt. Aber dadurch, dass die Foundation so dünndeckend ist, fällt es gar nicht so auf. Wäre da noch mehr Pigment, dann würde es eher auffallen, weil die Haut einfach noch mehr durchscheinen würde. Hier ist es ja fast wie meine Haut, nur ein bisschen besser. Deswegen fallen so unperfekte Stellen nicht so krass auf. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine gute Everyday, schnell, schnell Foundation sein könnte. Also unkompliziert hat mir gut gefallen. Ist jetzt für mich aber auch nicht so Wow-Effekt. Also manchmal, ich mag zum Beispiel gerne Deckkraft. Aber so für jeden Tag, schnell, schnell, finde ich das auf jeden Fall sehr gut. Nächstes Produkt ist auch von Typology. Und so habe ich mir den Concealer ausgesucht. Das ist der Concealer Type One Fair. Das ist in so einem Typchen, in so einer Alutube. Man kann sehen, wie so Zahnpasta, Handcreme. Dann kann man hier so den Deckel aufdrehen. Uh, und da kommt schon das Produkt raus. Das hat ganze 15 Milliliter drin. Es wirkt so viel irgendwie. Was ist das? Und eigentlich trage ich das ja immer mit dem Applikator auf, mit dem das Produkt ja kommt. Aber dadurch, dass es jetzt so eine Tube ist, nutze ich doch gerade einen anderen Pinsel. Ich habe von Trini London dieses Brush Set hier zugeschickt bekommen. Und hier ist sogar ein Concealer Brush. Das ist 100% cruelty free und vegan. Dieses Gelb ist halt voll geil, finde ich. Aber ich mag nicht, wenn die Pinsel zu dick sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so mein Maximum. Ich mag Pinsel eher gerne fein und schmal. Also wie Stifte. Ich mag das lieber so, als immer diese fetten Knüppel zu haben. Weil wenn man so viel Pinsel hat wie ich, die nehmen einfach so viel Platz weg. Also bei mir ist es eher, hat es den Hintergrund. Also das ist der Pinsel für den Concealer. Es geht ein bisschen so dreieckig und ist hier dann aber so, geht dann so schräg. Concealer wirkt auf jeden Fall extrem cremig. Eine schöne Farbe. Mit dem Pinsel ist es schnell ausgearbeitet, finde ich. Hat eine sehr leichte Deckkraft. Also ich konnte auf jeden Fall ein bisschen die Rötung hier nochmal ausgleichen. Was die Foundation nicht geschafft hat beim Aufbau. Aber der Concealer hat auf jeden Fall hier mehr Deckkraft. Auch wenn es leichter ist, hat es wirklich schön korrigiert. Und ich finde, perfekt für den Alltag. Geht sehr schnell. Und ja, hat sich nicht auf eklige, trockene Stellen gelegt. Also es wirkt auf jeden Fall hier sehr pflegend. Ich habe es jetzt einmal mit einem Pinsel gemacht. Und ich würde es jetzt einmal gerne mit dem Schwamm machen. Weil eigentlich arbeite ich immer mit einem Schwamm und nicht mit einem Pinsel. Und man braucht auch nicht so viel Produkt. Aber mit dem Schwamm ist es schnell ausgearbeitet. Ich habe mit dem Pinsel auf jeden Fall mehr Deckkraft. Mit dem Schwamm ist es auf jeden Fall ausgeblichener, sage ich mal. Präferenz, was ihr mehr mögt. Für mich hat beides jetzt sehr gut funktioniert. Ich würde dann entscheiden, ob Pinsel oder Schwamm. Beides geht. Korrektur ist auf jeden Fall da. Der Concealer gefällt mir sehr gut. Ich werde den auf jeden Fall noch mit anderen Produkten austesten. Also das war jetzt so spannend. Hier auch nochmal. Das ist die Farbe Fair. Also Leute, die heller sind als ich, da wird das zu dunkel sein. Weil das ist eigentlich schon fast so meine echte Hautfarbe. Ich persönlich greife beim Concealer ja oft gerne zu ein bisschen heller, weil ich das ein bisschen highlightender mag. Aber ich könnte auch damit arbeiten. Gefällt mir sehr gut. Dann könnte ich mich hier einen Klecks mit einem hellen Concealer nochmal arbeiten. Also nur, dass ihr das mal gehört habt. Dann, bevor ich meine Base sette, habe ich von Laura Mercier diese neuen Tinted Moisturizer Blushes zugeschickt bekommen. In drei Farben. In drei Farben. Ich bin sehr gespannt. Und zwar kommen die in so einer Kunststofftube. Die haben 15 Milliliter drin. Das ist die Farbe Provence. Das ist so ein schönes Nude-Altrosa. Dann habe ich hier die Farbe South Bound. Geht auf jeden Fall ins peachigere, pinkere, kräftiger in der Farbe. Dann haben wir Corsica. Ja, das ist fast schon so ein Terracotta. Auf jeden Fall krasse Farben. Gefallen mir alle drei sehr gut. Ja, ich mache mal einen helleren und einen dunkleren. Die wirken sehr pigmentiert. Mal ein bisschen so Zwiegspalten, wenn es zu krass ist. Dafür nehme ich immer gerne so ein Stippling-Brush, um das Pigment aufzunehmen. Ich arbeite das Pigment so ein bisschen in meinen Handrücken, damit ich nicht zu viel habe. Das ist jetzt Provence. Bevor ich mit einer sehr leichten Hand arbeite, habe ich hier schon Foundation abgenommen. Das heißt, hier wirkt es jetzt noch unruhiger. Der Pinsel reizt leider auch so ein bisschen meine Haut. Das heißt, es wird jetzt noch roter. Also deswegen, bei Cream Products ist es nicht meine erste Wahl. Es ist nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich empfinde sie oft als zu pigmentiert und ein bisschen zu kompliziert zu arbeiten. Ich habe es jetzt nochmal mit einem Schwamm aufgenommen. Meine Wange scheint durch und so ein bisschen die Farbe. Also es ist perfekt für Leute, die fair sind oder so hell wie ich. Vielleicht minimal ein bisschen dunkler. Ansonsten würde die Farbe weniger rausschauen. Also weniger rauskommen. Man sieht sie ja hier kaum schon. Also es verblendet sich so ein bisschen mit meiner Haut. Also man sieht halt eine schöne Farbabstufung. Dann nehme ich die dunkle Farbe Corsica. Also Corsica sieht man auf jeden Fall krasser. Ich nehme jetzt hier auch nochmal meinen Schwamm. Das Gute ist, so pigmentiert sie auch wirken, sind sie leichter als viele Cream Blushes, die ich in der Vergangenheit schon gezeigt und benutzt habe. Manche sind ja wirklich so Endless gefühlt, Endless Color. Hier ist es ein bisschen benutzerfreundlich. Gerade beim Ausblenden werden sie ein bisschen softer. Auch schöne Farbe. Ihr könnt sehen, es wird wirklich dünner. Ich hätte gedacht, dass Corsica noch mehr ballert. Aber ihr seht, beim Ausblenden wird es immer weniger. Hier sieht man das rosalere, leichtere. Hier sieht man das kräftigere Peach. Ich finde es ein bisschen fleckig. Meine Haut scheint extrem halt durch. Aber es kann auch an der Base liegen. Wahrscheinlich würde ich mit der Foundation nicht unbedingt so ein Produkt nehmen. Das Pinke ist ein bisschen, also hinterlässt so einen Farbabdruck. Also es färbt so ganz leicht. Das man auch immer ein bisschen, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich muss sagen, im Kombi mit der Foundation wirkt es mir zu unruhig. Meine Wangenrötungen kommen zu stark raus. Dann noch mit so einem pigmentierten Blush. Ich finde, das wirkt bei mir immer unruhig. Das ist nicht meine liebste Base. Ich mag das solo, die gefallen mir auch. Ich würde sie aber nochmal mit anderen Foundations ausprobieren, ob ich das da einfach ein bisschen mehr mag. Das ist on hold. Also so gefällt es mir gut. Ich finde es toll, dass die dünner werden im Auftrag und nicht so eine krass Farbbombe. Also eigentlich perfekt. Aber ich muss gucken, wenn meine Wangen besser abgedeckt sind, ob es dann harmonischer miteinander geht. Sag ich mal so. Ich sette meine Base mit einem Powder, was ich sehr gut kenne. Ich habe nämlich kein neues. Das ist aus Laura Mercier, Translucson Powder. Kennt ihr und ich seit vielen Jahren sette einmal kurz meine Base. Ich finde eine Foundation-Zeit bewahre das Gesicht immer erst dann, wenn man sie settet. Und dann sieht man immer, wo sitzt es wirklich gut. Wo sind die trockenen Stellen. Also gesettet wirkt die Base noch matter. Also ich fand, es war jetzt schon matt. Und jetzt durch das Setten ist es wirklich so geisha-Skin gefühlt. Also es ist sehr matt auf meiner Haut. Und Blush ist wirklich sehr unruhig. Also ja, ich finde es zum einen fleckig, aber das war die Foundation auch schon. Hier zum Beispiel, seht ihr? So kleine Patches überall. Oh ja, hier sieht man es perfekt. Seht ihr, es ist sehr unruhig. Also es ist eine sehr dünne Foundation, wie gesagt. Sehr viele Unreinheiten oder so Hickelchen kommen durch. Also in der Handykammer finde ich es nicht so schön. Also gerade hier auch. Ich weiß nicht, ob es das beste Produkt für sehr, sehr trockene Haut ist. Spruch auch noch nicht. Ich habe hier zum Beispiel auch so ein bisschen Ausschlag. Ich glaube, ich habe seit neuestem eine Nussallergie. Ich habe dann nämlich so ein Riesenblutbild gemacht. Und ich habe letztens auch eine Handvoll so Studentenfutter gegessen. Habe dann sofort hier so. Und dann bleibt es auch so. Nicht meine Favorite Base, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann möchte ich weitermachen mit einem anderen Blush. Und da habe ich zugeschickt bekommen von Suku, die Pure Color Blushes. Liebe ich. Habe selber bestimmt fünf, sechs Stück in meiner eigenen Kollektion. Und zwar sind das diese hier. Die haben so dieses leichte Ombre-Effekt. Also von hell, dann so. Also es ist auch sehr, so sehr Satin-Finish. Es ist nicht matt-matt. Es kommt mit einem Pinsel, mit einem Spiegel. Und das Packaging ist immer super sleek und auch sehr hochwertig. Dieses Schwarz-Gold liebe ich. Das ist die Farbe 133 Akinagare. Akinagare. Ich verlinke es euch eh in der Infobox. Dann habe ich nochmal einen anderen Blush. Und zwar sind das die Melting Powder Blush. In der Farbe Karenzaki. Das ist das. Auch sehr Satin-Finish. Man kann die Farbe kaum sehen. Aber man kann den Satin-Finish definitiv erkennen. Ein leichtes Bronzy, Peachy. Leicht bräunlich. Ja, so bronzig fast schon. Swatch ich euch einmal den anderen. Hier mal so mit beiden Farben rein. Seht ihr? Also fast schon Highlighter. Das ist ja fast. Also eigentlich Highlighter. Und dann eher auch für Light Skin. Weil das ist schon sehr goldig. Wird man vielleicht auch sehr, sehr, sehr helle Haut sehen. Und wenn man auch nur einen Hauch möchte. Gerade wenn man sich mal so dieses japanische Make-up anguckt oder auch koreanisch findet. Die haben ja nicht so Farbexplosionen im Gesicht. Sondern selbst die Blush, die auftragen, die sind einfach fast nicht pigmentiert. Und dann bauen sie dieses Produkt auf. Und dann sieht man immer so einen Hauch von. Also niemals so. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen schon sehr marktorientiert, würde ich sagen. Für uns vielleicht so, up, wo soll ich das benutzen? Und noch ein Melting Powder Blush. Und zwar in der Farbe Okohibki. Oh, das ist eine tolle Farbe. Das ist das. Auf jeden Fall ein kräftigeres. So ein Berry Tone. Oh ja, die sind super soft, super cremig. Also fast schon wie Cream, aber ist ein Powder. Dieses Melting Powder passt perfekt. Das ist die Farbe. Oh, das geht wie Butter über die Haut. Guckt euch das an. So kranke Farbe. Und hier kann man diesen Satin Finish auch sehen. Aber ohne, dass es so highlightend ist. Also die Suku Blush sind einer meiner Favorite Blushs ever. Ich nehme einmal diesen Ton hier. Also diese Formulierung ist toll. Ich glaube, auf jeden Fall Farbe ab. Und das gebe ich mir auf die softere Seite. Zweite Schicht reicht völlig aus. Man muss bedenken, ich trage ja noch den Cream Blush drunter. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe es nochmal ausgeblendet. Tolle Farbe. Also auch richtig toll für sehr, sehr helle Leute, die mal so ein bisschen bronzy sein möchten, ohne dass es einen erschlägt. Aber so als Blush. Sehr, sehr luxuriös. Gefällt mir richtig gut. Dann nehme ich auf jeden Fall diesen bärigeren Ton. Es kommt sehr viel Produkt drauf. Klopfe ich auf jeden Fall ab. Die kräftigere Seite. Man kann einen schönen Unterschied sehen. Hier ein bisschen peachy, bronzy. Hier mehr pink. Das sind beide Farben. Hier kann man auch nochmal diesen Satin Finish sehen. Gefällt mir sehr gut. Die Blush sind für mich nichts Neues. Wie gesagt, ich habe einige in meiner Sammlung. Ich glaube, die Succo Blush sind die, von denen ich am meisten Blushs habe. Wandern sofort in meine Collection. Kann ich ja auch an jeden Professional empfehlen. Wenn man so hell ist wie ich oder noch heller. Die meisten Blushs, die auf dem Markt sind, sind einfach erschlagend. Man weiß nicht wohin mit all dieser Farbe. Next. Sehr interessant. Hat mich so gefreut. Und zwar die neuen Guerlain Paletten. Die Ombre G Paletten. Sehr, sehr schön. Die gibt es noch in mehreren Variationen. Ich habe jetzt drei Stück zugeschickt bekommen. Das Packaging super luxuriös. Spiegelgold. Hammermäßig. Boah. Kommen alle mit so einem Samtsäckchen. Also wirklich Luxus pur. Ich habe einmal die Farbe 940 Royal Jungle. Die gehen so auf. Dann habt ihr einen Spiegel. Hier sind dann diese kleinen Pinselchen. Die brauche ich nicht. Hier habt ihr dann einmal die Farbkombi. Mega nice. Sehr, also perfekt für die unter euch, die es sehr natürlich wollen. Die Luxus wollen. In einer Palette. Das ist die Palette geswatcht. So ein bisschen metallischer. Hier wieder Satin. Und hier soll es matt sein. Aber auch das matt hat so einen leichten, so ein seidiges Finish. Perfekt für den Alltag, aber auch eben für Smoky Eyes. Die andere Farbrichtung, die ich habe, ist 555 Metal Butterfly. Oh ja, das ist krank. Das ist richtig schön. Lovely. Boah. Das ist nice. Die Kombi mag ich sehr gerne. Und die letzte Palette, die ich habe, ist 214 Exotic Orchid. Und auch die gefällt mir sehr gut. Das ist auch hier wieder ein bisschen wärmer. Ein Touch of Bronze Gold. Und dieses schöne, berige Rot. Oh yeah. Auch sehr schön. Ich würde dieses Butterfly-Ding nehmen. Das wäre meine Palette. Manchmal einmal Eyeshadow Primer drauf. Ich nehme den, den ich eigentlich fast immer benutze. Das ist der Anastasia Wivel Heels Eye Primer. Love it. Seit Jahren schon. Der ist super pigmentiert. Der ist nicht ganz weiß. Bisschen mehr trocken. Also der wird trockener. Vielleicht nicht das Beste, die eh schon trockene Lieder haben. Aber perfekt für die, die fröhliche Lieder haben. Fange ich an mit dem Pink. Wie könnte ich auch anders. Und in dieser Farbe, also immer die Farbe ganz rechts unten. In jeder Palette ist Guerlain ein Graveert. Das ist die Farbe. Ganz leicht aufgrund. Das ist so ein leichtes rosa-pink. Gefällt mir sehr gut. Perfekt für den Alltag. Wenn man schon ein bisschen Farbe möchte, ist ein, aber nicht ach schlägt. Gefällt mir sehr gut. Und das Set and Finish ist nicht so, dass es so komplett seidig ist. Wissen Sie, ich meine, also man hat schon so einen ganz leicht matten Effekt, aber schon so seidig. Und dann nehme ich mir so einen Eyelinerpinsel und gehe in dieses super tiefe, fast schon schwarz-braun. Die Oberflächen bei den Lidschatten müsst ihr ein bisschen anrauen. Das ist durch die Pressung sehr hart. Das ist ja zum Beispiel bei meinem Highlighter und Bronzer auch so. Das ist ja auch durch diese Prägung, dass man so die ersten Male das auch so ein bisschen anrauen muss. Ziehen wir damit jetzt mal so was wie einen Lidstrich. Uh, fein. Das hat sehr gut geklappt und ein sehr, sehr schönes, tiefes, dunkles Braun, das man sehr gut aufbauen kann. Dann nehme ich mir diesen Applikator, der mit dem Pensel kommt. Und hier ist ja dieses schöne, kräftige, tiefe Gold. Ich nehme das mit diesem Schwamm-Applikator auf. Und das... Wow. Das ist heftig. Vor allem mit dem Schwamm-Applikator. Bombe. Dann nehme ich einen dickeren Schwamm-Applikator und gehe in dieses Burnt Orange. Das presse ich an meinen Unternehmfang. Also die Farben mit so einem Schwamm-Applikator aufnehmen ist next level. Okay, super quick look. Bisschen extravagant. Schnell geschminkt. Hat mir sehr gut gefallen. Dann nehme ich für die andere Seite eine andere Lidschattenpalette. Und zwar von Suku, die Signature Color Eyes. In der Farbe 09 Kaorikaze. Das kommt auch in so einem Compact. Und hier habt ihr vier Farben. Auch eine interessante Farbzusammenstellung. Die machen immer sehr interessante Farbzusammenstellungen. Ich habe auch hier einige Suku Lidschattenpaletten. Das sind nicht die pigmentiertesten, also so wie wir es vielleicht von super krassen Paletten kennen. Aber es sind super hochwertige Paletten. Perfekt, finde ich, für Alltag und Abend, wenn man es ein bisschen softer mag. Also sehr, sehr luxuriös. Und das sind die Farben hier. Also das ist mir mehr wie so ein Topcoat. Dieses Lavendel. Seht ihr? Kaum sichtbar. Hat halt so einen Hauch von. Dann haben wir so einen Bronzeton, so einen Kupferton. Und ja, dieses Mackgrün ist jetzt vielleicht nicht das Stärkste. Aber wenn man sich die Marke anguckt, dann soll das auch so sein. Kommt auch mit so einem Pinsel. Ich habe auf jeden Fall diesen Lavendelton, weil der spricht mich am meisten an. Dieser, ja, fast schon Topcoat. Nehme ich mit so einem Pinsel auf und das presse ich mir mal in meinen Innenwinkel, um einfach zu gucken, was die Farbe alleine kann. Wir sehen auf jeden Fall so einen ganz leichten Effekt. Und dieser Unterton ist so leicht gräulich, bräunlich. Wäre mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Ich sprühe es einmal an. Da haben wir auf jeden Fall mehr Effekt. Aber ich weiß nicht, wie wir es sehen können, aber seht ihr diese Schattierung im, in der Lidschatte, in der Lidschatte, in dem Lidschatten selber? Da ist ein Unterton mit drin. Und versteht ihr, wie ich meine? Das ist wie, wenn wir an meine Hattige Schmidt Labs Holy Palette denken, meine sieht wirklich schlimm aus. Zum Beispiel Heaven. Das ist ja auch wie ein Topcoat. Seht ihr diesen dunklen Untergrund dahinter? Da ist eine dunkle Base. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist nicht nur blaue Perle, sondern da ist noch ein Untergrund drin. Und da ist es mit dem auch so. Ein bisschen wie ein Topcoat zu verstehen. Macht meistens auch Sinn, wenn man eine ähnliche Farbe als Base hat. Und da nehme ich diesen Kupferton. Das ist die Farbe aufgetragen und einfach mal ausgeblendet. Also ohne Gedanken zu machen. Kommt halt schnell zu so einem Ergebnis. Aber ihr könnt sehen, es dünnt sich sehr aus. Ich würde alle Farben eher so als konzentrierte Farbe auftragen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich würde zum Beispiel vielleicht mit diesem dunklen Grün eher so einen, ne, wie so eine Transition Color machen. Und das dann mit dem Finger auftragen, damit die Farbe wirklich rauskommt. So wie ich es jetzt vielleicht mit diesem Bronze Ton mache. Seht ihr? Dann ist es halt kräftiger als mit einem Blenderpinsel ausgeblendet. Manche Lidschatten eignen sich nicht immer für Pinsel, sondern sind einfach besser, wenn man sie konzentriert aufträgt. Schnell gemacht, nichts Kompliziertes. Zack, zack. Interessant. Das Grün war im Swatch am schlechtesten und performt auf dem Auge am besten. Nicht meine Lieblingspalette von Ink, gebe ich zu. Das Lavendel hatte ich mir hier wirklich mehr Lavendeliger gewünscht. Also wirklich so Topcoat-Glitter, so ein bisschen verrückter. Die anderen Farben sind ziemlich austauschbar, finde ich. Aber das Grün hat mir sehr gut gefallen. Also das kann ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht hier und da auch mal benutze. Aber ansonsten würde ich eher zu der Galore tendieren. Wo wir beim Auge sind, machen wir direkt weiter. Und zwar habe ich von MAC bekommen die Gel Pencil Eyeliner. Gel Eyeliner sind ja jetzt wieder total im Kommen. KVD hat welche rausgebracht. Die haben mir sehr gut gefallen. Noch besser fand ich die von Hourglass. Ich bin jetzt gespannt, wie die sind. Uh, das ist die Farbe Commitment Issues. Konnte in so einem Stift zum Raus- und Reindrehen. Sehr praktisch. Und die Farbe mache ich mir hier hin. Nicht die beste Stiftart für die Wasserlinie. Dafür ist es wahrscheinlich einfach zu feucht und man kann nicht so viel Druck aufbauen. Aber ihr könnt sehen, es ist sehr fest und sehr wachsig. Ich kann mir das vorstellen, also entweder Solo tragen, dass man sich einen Lidstrich zieht. Oder als Base für andere Lidschatten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also dafür sind die einfach sehr gut pigmentiert. Aber nicht für die Wasserlinie. Seht ihr, ich habe jetzt mal diesen Kaya Gel Crayon aufgetragen. Ich habe jetzt nochmal von Suku diesen Lavendelton genommen und bin on top. Und jetzt kommt, finde ich, der Effekt besser raus. Wisst ihr, wie ich meine, was wir nicht sagen? So Topcoat. Hier geht es unter. Macht es eher sogar dunkel durch diesen dunkleren Hintergrund des Lidschattens. Aber als Base drunter sehr, sehr schön. Davon gibt es einige Farben. Lila, Braun, Grün, Blau. Also habt einiges. Schwarz finde ich sehr gut. Werde ich auf jeden Fall noch weiter so als Base benutzen. Also ich hätte mir hier bei dem Look zum Beispiel auch nochmal so einen Gel Eyeliner gewünscht. Weil diese Intensität nochmal herauszuholen, ein bisschen künstlerischer, grafischer arbeiten zu können, liebe ich. Ziehe ich mir noch einen Lidstrich. Da habe ich von Suku den Liner in der Farbe 106. Und zwar kommt es mit so einem Schwämmchen. Und die Farbe ist einfach so schön. Das ist so ein richtig dunkles, mauve, dunkles Lavendel. Ich bin sehr gespannt, ob ich das vielleicht hier noch hinbekomme. Ne. Leider nicht. Dafür ist ja die Chat zu dunkel. Aber so, da könnt ihr sehen, boah, richtig toll pigmentiert. Richtig schöne Farbe. Lippenprodukte. Habe ich einiges, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber habe ich hier von Huda Beauty bekommen. Die Lip Contour 2.0 in der Farbe Pinky Brown. Aber ich habe keinen Lippenstift dazu. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Oder habe ich mir den gekauft? Das ist die Farbe. Ja. Ein schönes Pinky Brown Nude. Ein bisschen peachy. Die Lip Liner von Huda Beauty mag ich ganz gern. Weil die immer so super soft sind. Gehen richtig über die Lippen und sehr pigmentiert. Da habe ich zugeschickt bekommen von MAC, diese Lippenstifte. Und zwar die Powder Kiss Velvet Blur Slim Sticks. Und zwar sehen die so aus. So hier. Matt Gold. Und hier habe ich auch viele Farben. Die dreht man so raus. Das ist jetzt die Farbe Mullet Over. Das ist der Lippenstift. Das ist ein bisschen fester am Swatch. Wird dann cremiger. Ja, das ist so matt. Powder Matt. Passt schon ganz gut. Sehr cremig auf den Lippen. Also man muss schon ein bisschen so schon einarbeiten. Aber in einem guten Sinne würde ich sagen. Auf jeden Fall ist die Farbe gut pigmentiert. Sehr reich. Es ist matt, aber die Beweglichkeit bleibt da. Also eigentlich ist es so ein cremiger, matter Lippenstift. Gefällt mir gut. Ist auch nicht sticky. Lippenstift hat mir gut gefallen. Ist jetzt für mich aber auch nicht so, oh mein Gott, heftig. Aber gefällt mir gut. Also so für schnell mal fand ich das gar nicht schlecht. Dann habe ich noch einen Lippenstift von Charlotte Tilbury. Und zwar ist es eine limitierte Edition. Und zwar ist es Kissing. Fallen from the Lipstick Tree in der Farbe Island Dream. Das ist das hier. Dann haben wir hier einen sehr, sehr cremigen, sehr, sehr deckenden Lippenstift. Ich mag die Lippenstifte von Charlotte Tilbury. Ist ein sehr cremiger, sehr pigmentierter Lippenstift und nicht matt. Auch eine sehr schöne Farbe. Meine Produktneuheiten. Einiges, was ich mir gekauft habe. Einiges, was ich zugeschickt bekommen habe. Es sind interessante Produkte dabei, aber es ist tatsächlich nicht meine Favorite Base. Bei den Cream Blushes muss ich mir nochmal schauen. Bei der Foundation finde ich so Alltag schnell, schnell gar nicht schlecht. Concealer hat mir gut gefallen. Ja, die Lidschattenpalette finde ich die Gönor ziemlich cool. Und die Blushes eben von Succo und die Lippenprodukte fand ich jetzt auch sehr gut. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.